Morgen. Was darf's sein? Ich hätt gern 250 Gramm Milona-Bilden. Ja, die Wurst nicht mein Lebenssinn. Guten Tag, ihr von der Salami 100 Gramm. Ja, schauen Sie in die dunklen, fensterlosen Höhlen der einstigen Glaspaläste des Kapitalismus. Besichtigen Sie die ausgebrannten Ruinen. Der Lordimir Selensky sagt von der Laien der Ukraine eine europäische Zukunft voraus. Günstige Tagesausflüge führen Sie unter anderem in die malerische Provinz Ndunskawowskowskrat, wo Sie die örtliche Unabhängigkeitsbewegung blutig niederschlagen lassen. Anwesende Vertreter von Amnesty International wurden selbstverständlich zuvor von unserem geschulten Personal in russische Bordelle gelockt und mit Fotos erpressbar gemacht. Ja, und wenn Sie jetzt buchen, bekommen Sie 5 Kilometer Gaspipeline kostenlos mit dazu. Es lohnt sich. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat im Rahmen seiner Kiew-Reise die Stadt Irpin besucht. Haben auch Sie Ihre Ersparnisse und die Hälfte Ihrer Rente durch die Finanzkrise verloren? Ja, aber das macht nichts. Denn wir bei Sonnenschein TV haben ein tolles Schnäppchen für Sie. Stop the wall and go home. Von welchem Vater ist es denn? Ach, wissen Sie, ohne mein Alturs sag ich nichts. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin.